Hallo und herzlich willkommen in der E-Learning Welt zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal den Online-Elektronik-Simulator Fallstead vorstellen. Ich habe das Thema aufgeteilt in zwei Videos. Im ersten, das ihr eben gerade anschaut, gebe ich euch so einen kleinen Überblick über das Programm und im zweiten zeige ich euch mal, wie man so ein paar Schaltungen simulieren kann. Ihr findet den Simulator unter der hier angegebenen Adresse. Der Simulator ist wirklich gut. Im Unterricht könnte man ihn zum Beispiel einsetzen, um Schüler Schaltungen simulieren zu lassen, die sie vielleicht später dann mal aufbauen. Im Online-Unterricht könnte man ihn zum Beispiel für eine virtuelle Messübung einsetzen, vielleicht eine Widerstandskennlinie aufnehmen oder aber als Kontrollinstrument, um Berechnungen zu testen. Wenn ich jetzt ein Arbeitsblatt habe und die Schüler sollen zum Beispiel Widerstandsschaltungen berechnen, eine Reihenschaltung, dann können Sie am Ende im Simulator die Reihenschaltung aufbauen und dann ganz einfach simulieren und gucken, stimmen denn eigentlich so meine Spannungswiderstands und Stromwerte, die ich ausgerechnet habe. Denn die kann ich im Simulator dann wirklich direkt ablesen. Besonders gut ist natürlich, dass er online zur Verfügung steht. Er ist kostenlos und kann somit sowohl im Präsenzunterricht als auch im Unterricht zu Hause benutzt werden. Einziger kleiner Nachteil ist vielleicht, dass man, um ihn sinnvoll zu benutzen, eigentlich eine Maus benötigt. Es gibt einige Sachen, die kriege ich ganz gut mit dem rechten Maustastenmenü. Einige Sachen sind auf dem Mausrad und das habe ich natürlich nicht, wenn ich nur auf die Touchbedienung angewiesen bin. Dann schauen wir doch mal rüber zum Simulator. Im oberen Bereich der Webseite findet ihr das Applet und etwas weiter unten noch ein bisschen weiterführende Informationen. So findet sich zum Beispiel hier unter Directions noch eine Bedienungsanleitung. Ich schalte jetzt das Applet mal in die Fullscreen-Version, damit wir es größer dargestellt bekommen. Das Programm startet immer mit so einer Schaltung. Das ist ein Schwingkreis und da kann man schon so ein bisschen was sehen. Wir können also Oszilloskope einblenden. Wir können hier verschiedene Bauteile machen. Hier unten haben wir ein interessantes Textfeld und zwar ändert sich der Inhalt immer in Abhängigkeit von meinem Mauszeiger. Bin ich zum Beispiel hier über der Spannungsquelle, zeigt er mir an, hier unten, was zur Spannungsquelle zu wissen gibt, was es zum Widerstand zu wissen gibt, was es zum Kondensator zu wissen gibt, was es zur Spule zu wissen gibt oder hier, was es zu den Verbindungen zu wissen gibt. Dann habe ich hier oben die Möglichkeit, die Schaltung mit einem Reset wieder von vorne anfangen zu lassen. Ich habe hier die Möglichkeit, die Simulation zu stoppen, wenn ich irgendwas ändern möchte und dann auch hier wieder zu starten. Und dann habe ich hier noch zwei Schieberegler. Einmal die Stromgeschwindigkeit und einmal die Simulationsgeschwindigkeit. Die Simulationsgeschwindigkeit zeigt mir einfach, wie schnell ich die Simulation laufen lasse. Am besten kann ich das sehen unten an den Oszilloskopen. Wenn ich die schneller mache, dann rennen die unten ein bisschen schneller. Wenn ich sie langsamer mache, dann bewegen sich die etwas langsamer. Und dann kann ich hier noch die Stromgeschwindigkeit einstellen, ob die jetzt ein bisschen schneller rennen oder ein bisschen weniger schnell. Die Stromgeschwindigkeit, das sind die gelben Punkte, die sich hier bewegen. Das repräsentiert praktisch den Strom, der fließt. Die beiden Schieberegler muss ich immer passend zu meiner Schaltung einstellen. Dann habe ich noch die Möglichkeit, dass ich manchen Bauteilen, wie hier diesen Widerstand, per Rechtsklick einen Slider zuordnen kann. Einen Schieberegler. Das hat man hier in dieser Schaltung auch gemacht. Und die erscheinen dann hier außen auf der Seite. Der Schieberegler für die Kapazität. Da kann ich die Kapazität einstellen. Der Schieberegler für die Induktivität. Und hier unten der Schieberegler für den Widerstand. Also wenn ich ein Bauteil mit einem Slider versehe, dann taucht er immer hier auf dieser Seite auf. Ansonsten gibt es dieses Programm wie ein ganz normales Programm. Ich habe hier oben eine Menüleiste. Fängt an mit Datei. Hier habe ich so die Standardsachen, dass ich die speichern kann oder wieder öffnen kann. Wichtig ist eigentlich, ich kann es als lokale Datei exportieren oder von lokaler Datei importieren, wenn ich es bei mir auf meinem Rechner speichern möchte. Ich kann es aber auch als Link exportieren. Dann kann ich sofort über den Link die entsprechende Sache öffnen. Ich kann ein Bild exportieren oder hier auch drucken. Hier steht auch das Über. Da sieht man, dass der Paul Forster das Ganze programmiert hat. Und da bin ich ihm wirklich dankbar dafür. Dann haben wir hier das typische Bearbeiten-Menü mit Ausschneiden, Kopieren, Einfügen. Hier unten kann ich noch ein bisschen zoomen. Wenn ich aber ein Mausrad habe, also eine Maus mit Rad, dann kann ich diese Zoom-Funktion hier auch mit dem Mausrad machen. Dann hier kann ich unter Zeichnen praktisch die ganzen Bauteile einfügen, mit denen ich arbeiten kann. Und das sind wirklich viele. Hier kann ich meine Oszilloskope anordnen und hier bei Einstellungen so ein paar Grundeinstellungen machen. Die sind eigentlich weitestgehend selbsterklärend. Vielleicht ein Hinweis, hier europäische Widerstände. Wenn ich das ausschalte, dann kriege ich hier das Zickzack-Muster der Amerikaner. Deswegen sollten wir hier eher die europäischen stehen lassen. Und ja, technische Stromrichtung, da kann ich eben umstellen. Technische oder normale Stromrichtung. Und bei weiteren Einstellungen, da kann ich primär die Farben einstellen. Es gibt hier die Möglichkeit, für die positiven Spannungen und für die negativen Spannungen jeweils eine Farbe einzustellen. Für positiv ist hier rot eingestellt. Das ist ein RGB-Hex-Wert. Und hier unten ist für negativ grün eingestellt. Kann man jetzt zum Beispiel umstellen auf blau, wenn man möchte, weil bei uns ja viel in blau dargestellt wird. Ihr könnt die Spannungsverläufe jetzt hier auch sehen. Da, wo es rot ist, ist eher eine positive Spannung. Und da, wo es grün wird, ist eine negative Spannung. Das heißt, hier ändern sich auch die entsprechenden Spannungsverläufe ins Negative, wie man das auch hier unten am Ostsee gut sehen kann. Ich kann hier bei Einstellungen auch noch die Leistung anzeigen. Das ist aber ein Umschalter, entweder Spannung oder Leistung. Wenn ich Leistung anzeige, dann sehe ich quasi anhand der Einfärbung des Bauteils die Leistung. Wenn es richtig dunkel eingefärbt wird, hier vielleicht beim, muss ich nochmal starten, wenn man hier auf die Spule guckt, dann sieht man, jetzt wird sie dunkel, also richtig fest eingefärbt. Und blass eingefärbt bedeutet dann weniger Leistung. Kann man aber nicht ganz so gut erkennen. Ich kann aber hier bei der Helligkeitsanzeige für die Leistung da noch ein bisschen dran arbeiten, dass man das dann auch ein bisschen besser sehen kann. Ich schalte das Ganze wieder um auf Spannung anzeigen. Ja, und hier haben wir dann noch eine ganze Reihe von bereits vorgefertigten Schaltungen, die man sich anschauen kann. Und hier kann ich dann auch neue Schaltung wählen, wenn ich eine ganz neue Schaltung selber erstellen möchte. Dann lasst uns doch mal eine Schaltung erstellen. Hier über Zeichnen bekomme ich praktisch meine ganzen Bauteile. So ein paar Shortcuts habe ich schon drin, wie zum Beispiel W für eine Verbindung oder R für Widerstand. Und ich muss auch nicht immer hier auf Zeichnen gehen. Ich kann eigentlich auch irgendwo hier auf dem Blatt auf die rechte Maustaste gehen und dann habe ich dieses Zeichnenmenü. Ich füge jetzt mal ein drei Widerstände. Und dann jetzt noch eine Spannungsquelle. Wenn ich auf die Escape-Taste drücke, bekomme ich einen Mauspfeil und kann jetzt hier entsprechend die Größen oder die Anfasser hier packen und dann entsprechend das Ganze formatieren. Kommen wir jetzt zu dem Thema Verbindungen einfügen. Das ist nicht ganz unwichtig, denn man könnte jetzt ja glauben, man macht hier einfach eine Verbindung. Einmal so und einmal so und dann wäre die Schaltung fertig. Aber wie ihr seht, erkennt er diese beiden Widerstände gar nicht, obwohl die ja hier im Grunde genommen eingeschaltet sind. So funktioniert sie nicht. Ich muss tatsächlich jede einzelne Verbindung machen. Und dazu gehe ich jetzt mal hierher und schiebe das wieder zurück. Und schiebe das hier auch wieder zurück. Und zeige jetzt, was ich damit meine. Ich muss also den hier praktisch an den ersten Widerstand setzen und dann muss ich mit Verbindung einfügen, eine Verbindung von hier nach hier einfügen und dann eine Verbindung von hier nach hier. Das sind also lauter einzelne Verbindungen, die ich da einfügen muss. Ich kann nicht irgendwo hier in der Mitte ein Bauteil drauf machen. Das ist ganz wichtig, sonst funktioniert die Simulation nicht. Man kann es hier schön sehen. Ich habe hier den Stromfluss. Hier durch meine Widerstände. Ich kann auch an der Stromgeschwindigkeit ganz gut sehen, dass hier mehr Strom fließt. Deswegen ist das Ganze schneller. Und hier zweigt es dann ab. Ein Teil fließt hier runter, ein Teil fließt geradeaus weiter. Der ist jetzt schon ein bisschen langsamer. Und der wird jetzt noch langsamer, weil der Strom ja auch immer kleiner wird. Und wenn ich jetzt wissen will, welcher Strom fließt, dann muss ich einfach hier oben drüber fahren. Und wenn ich das markiert habe, dann muss ich hier unten auf dieses weiße Feld gucken. Da kriege ich das angezeigt. Zum Beispiel kriege ich jetzt angezeigt, dass wir hier 5 Volt haben und es fließt ein Strom von 15 Milliampere. Wenn ich jetzt hier über den Widerstand fahre, kriege ich angezeigt, da fließt ein Strom von 5 Milliampere. Dann müssten nach Adam Riese hier noch 10 übrig bleiben. Dem ist auch so. Und wenn ich hier weitergehe, fließen hier noch 5 Milliampere. Ich kann also ganz gut sehen, indem ich mir die Werte anschaue, wie denn eigentlich der Stromfluss hier in dieser Schaltung ist. Ich kann die Widerstandswerte ändern, indem ich die rechte Maustaste anwähle, gehe auf Bearbeiten, gebe dann hier neuen Widerstand ein. K erkennt er natürlich als 1000. Ich kann aber auch draufgehen, wenn der Widerstand dann leuchtet, mit dem Mausrad drehen und dann kann ich hier entlang der Normreihe praktisch meine Widerstände ändern. Und ihr seht auch, dass sich das Ganze dann widerspiegelt in den unterschiedlichen Stromgeschwindigkeiten. Hier habe ich einen ganz kleinen Widerstand, das heißt, es fließt viel Strom drüber, also schnell. Hier fließt ein bisschen weniger, hier fließt auch ein bisschen weniger. Und hier fließt ein bisschen mehr als hier. Die Simulationen funktionieren auch sehr gut mit Halbleiterbauelementen, hier zum Beispiel der Transistor als Schalter. Und wenn ich jetzt über den Transistor gehe, dann kriege ich hier wirklich unten mit der weißen Schrift alle wichtigen Daten zu dem Transistor eingeblendet. Ja, man hat sich in der Elektronikausbildung durch die Kippstufen durchgequält und versucht zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Wenn man sich das Ganze mal hier jetzt anschaut, in dieser Simulation mit dem Stromlauf und mit den ganzen Ostsees, die mir zeigen, wie die Ladegeschichten funktionieren, ich glaube, da wird die Funktion eigentlich viel einfacher verständlich. Wenn ich jetzt auch selber so ein Ostsee noch einblenden möchte, zum Beispiel mal gerne wissen möchte, wie sieht denn der Spannungsverlauf hier an diesem 320 Ohm Widerstand aus, gehe ich einfach auf den Widerstand, mache rechte Maustaste und kann dann hier View in New Scope oder View in New Undock Scope anzeigen. Ich wähle jetzt mal das untere und dann kriege ich hier so ein Scope, das kann ich auch größer ziehen und kann mir dann hier im Grunde den Spannungsverlauf angucken, speziell für diesen Widerstand. Ich kann direkt Werte ablesen, wenn ich reinfahre und ich habe hier über das Zahnradmenü noch Möglichkeiten, einiges einzustellen zu dem Scope. Ja, gebt dieser Software mal eine Chance, damit könnt ihr wirklich sehr gut simulieren und sehr gut auch Schaltungen erklären und guckt euch auch noch das zweite Video an, da zeige ich euch noch zwei, drei andere Schaltungen. Vielen Dank. Tschüss.